Hallo Leute, wieder zurück hier bei Kalle's 10 Gebote. Ja, wie soll's auch anders sein? Wir haben eine neue Map. Schlimm wär er, wenn nicht, ne? Ja, und der Metos ist ja wieder dabei, so wie immer. Ja, hallo, Minecraft-Freunde. Ja, und ihr hört schon. Ja, ihr seht schon ein ziemlich dunkler Keller hier, ne? Ja, und ganz viele Slimes. Hörst du sie? Äh, ja. Ja, ich hör sie. Ich hab die Map leider schon angucken müssen, da ich halt hier so einen Eingang reinbauen musste und so. Deswegen kann ich jetzt nicht so überrascht tun, was draußen passiert, aber Metos hat's noch nicht gesehen. Ich würd sagen, Metos, wir drücken jetzt hier mal auf den Startknopf. Jo, tun wir das. Startknopf, 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 blub, lest den Chat. Lest den Chat, aha. So, Metos, das ist der Startknopf. Können wir sagen, geh mal voraus. Aha. Okay, äh, erstmal hier Können vorlachen, ne? Was? Erstmal Können vorlachen, ey, hier schaukelt alles. Ja. Ist das nicht eine tolle Map? Ähm, oh. Oh. Das ist ein unsichtbares Labyrinth. Ja, ich merk schon. Ähm. Ich muss ja mal gucken. Wir müssen halt da hinten zu diesem Badrock-Gebäude oder was auch mal das ist, müssen wir hin. Ja, das hat er sich aber gut ausgedacht hier. Ja, das ist natürlich richtig nice gemacht worden. Das ist mit diesem unsichtbaren Block. Jetzt müssen wir erstmal schauen, wie wir hier rumkommen. Ah. Ich glaub, hier ging's weiter. Jawohl. Moment. Ich guck auch gerade mal hier, wie es hier weitergeht. Okay, hier geht's nicht weiter. Ach, Metos, wo bist du denn? Äh, hier. Alter, das ist ja echt, echt heftig. Ähm, ja. Wenn das nicht alles so schaukeln würde, äh, da hätte man vielleicht eine Chance hier irgendwie weiterzukommen. Auf jeden Fall, man soll überleben. Oh, jetzt kommen natürlich jetzt gleich die ganzen Viecher. Oh, warte mal. Hier ging's gerade ein Stück wieder weiter. Ich guck auch gerade, wo es hier lang geht. Ah, hier hinten geht's einmal lang und jetzt. Okay. Warte mal. Also ich komm der Sache näher. Ich komm der Sache näher. Warte mal. Oh ja, Metos, du bist ja richtig weit. Ja. Aber jetzt häng ich hier gerade. Geil, super. Das hast du natürlich richtig nice gemacht, muss ich mal so sagen. Aha, ja, ja, ja. Hier geht's ein Stück weiter. Hier. Warte mal. Wir müssen aber gucken hier. Oh, hey Metos. Hey. Ja, da war ich auch gerade. Der hat sich da echt was einfallen lassen. Der hat sich da was richtig einfallen lassen. Oh, ich bin nicht jetzt hier irgendwo bei dir, glaube ich. Sozusagen. Ähm. Oh, ich muss ja mal gucken, wo ich hier lang laufe. Ich hab hier gar keine Ahnung. Ah, Metos. Ja, genau. Und jetzt bin ich hier am Kämpfen und gucke überall, ob ich hier irgendwie einen Schritt näher an das Teil komme. Ja, ich will hier auch rein. Ich will ja rein. Aber guck mal hier. Mach mal mit dem Arm. Hau mal mit dem Arm. Ja, dann lehnt der so komisch. Ja. So, warte. Ähm. Warte, 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 warte. Ich muss jetzt mal gucken. Ich wette mit dir, es geht noch... Ja, es geht außen weiter. Das heißt, ich bin gerade ein bisschen gesprungen. Wir müssen noch mal weiter nach links von... Irgendwie gucken, ob wir da... Wir sind den falschen Weg gegangen, Metos. Äh, ja, das Gefühl hab ich auch. Aber der macht's ja echt nicht einfach. Warte mal, von hier sind wir doch gekommen. Er hat sich da echt Mühe gegeben. Muss ich mal sagen, Respekt auf jeden Fall. Äh, ja. Alter. Wollen wir noch dieses Wackeln besinnen? Äh. Ja, das macht's nicht leichter. Also, ich bin schon wieder da an der Ecke. Also, irgendwann muss ich doch mal... Oh. Ja, nicht hauen, nicht hauen, nicht hauen. Nicht hauen. Oh. Tut mir leid. Oh. Ja, klar, der haut da gleich noch mal hinterher. Oh. Das macht Spaß. Ah. Kalle. Hahaha. Echt mal. Toll, toll. Hey. Toll. Schmänkerlissen. Hm. Schmänkerliss. Schmänkerliss. Hm. Äh. Wer hat dich eigentlich losgelassen? Meine Mama. Die hat mich damals zur Welt gebracht. Ja, mit deiner Mutter muss ich mich mal unterhalten. Äh. Sowas wie dich auf die Welt loszulassen. Das ist unverantwortlich. Alter. Ja, ähm. Ich glaub, ich komm... Ich kann, dass ich keine Cam habe. Sonst hättet ihr gesehen, wie ich gerade geguckt habe. Mund offen. Äh. 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 Kriegst du noch, ne? Ach Mist. Du bist ganz woanders. Das ist irgendwie. Äh. Ein Schleim. Ja, hier ist auch ein Schleim. Irgendwie. Äh. Ich blick das nicht. Mieters, warte mal. Was dann? Yeah. He 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 he. Hör doch mal auf mit dem Quatsch. Yeah. Woo. Sonst fangen wir nicht gleich von vorne wieder an. Okay, okay, okay. Also wir müssen... Wir müssen auf jeden Fall da irgendwie weiter. Das gibt's ja nicht, ey. Das ist hier voll am Schaukeln. Hör doch mal auf mit dem Quatsch. Was ist, bin ich mich bald tot und dann fang ich ganz von vorne an. Ja. Tui, Tui. Das ist nicht toll. Doch. Lass den Quatsch. Ich will nicht dich hauen. Ich will nicht dich hauen. Ich will das Schleimding hauen. Was geht nicht? Ich will dich hauen. So, warte mal. Hier kommen wir näher ran. So. Also bis dahin bin ich. Und dann? Hier waren wir vorhin schon, glaube ich. Ja, 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 ja. Ich weiß. So. Bis hierhin komme ich immer. Und dann ist Ende. Müssen wir gucken, ob wir hier... Alter. Nein. Hier geht's auch noch ran. Was? Ja, 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 ja. Oh, oh. Ich glaube, da komme ich jetzt dem Ziel so ein bisschen näher. Äh, nein. Du bist weiter weg als ich. Ach, scheiße. Ja, ich glaube, ich glaube ganz ehrlich... Oh, scheiße, dass man dieses nicht sichtbar machen kann. Ich glaube nämlich, dass ich... Du musst außen rum irgendwie... Das versuche ich jetzt irgendwie so ein bisschen, außen rum zu kommen. Ob es da eine Möglichkeit gibt, außen rum zu gehen. Ein Versuch ist es wert, ne? Also irgendwie bin ich hier gerade weiter weg von dem Ganzen. Ja, du bist richtig, du bist richtig, du bist fast richtig, glaube ich. Jo, jo, ich bin drin. Ich habe es geschafft. Warte, warte, warte. Wie hast du das gemacht? Wie hast du das gemacht? Ich bin... Ich bin deinem Rad gefolgt. Etwas weit außen rum. Erst mal in diese Richtung, dann da außen rum. So, okay, ich gehe mal auf die Trittplatte. Ziel. Ja, toll. Jetzt bin ich auch im Ziel. Nein, bist du nicht. Na doch, bei mir steht es aber auch zumindest. Aber ich habe es geschafft hier. Ich habe es geschafft hier. Guck dir das an. Ich will da auch hin. Ich will da auch hin. Ja, warte mal. Du musst hier mehr nach hinten hier. Wie bin ich denn jetzt hier hingekommen? Hier. Hier, komm hier hinten hin. Wie bin ich denn hier hingekommen? Ich bin doch nur gehüpft. Schau, dass du hier hinten hinkommst. Genau. So, und jetzt hier rum. Ja, ja, ja. Und Ziel. Alter, wir haben es geschafft. Wir haben es. Geile Map. Auf jeden Fall. Also, die Idee ist mal richtig, richtig geil. Richtig klasse, auf jeden Fall. Da muss man auch erstmal drauf kommen. Also, die Map hat mir echt gut gefallen. Wie bisher auch alle anderen. Also, ich finde, ohne Witz, ihr macht echt grandiose Arbeit, Leute. Ja. Ich gucke euch mal mit meinem... Boah, Alter, guck dich mal im F5 an. Im F5? Ja, von oben. Äh, Moment. Ja, Leute. Wir sind die betrunkenen Männer hier bei Kallis 10 geboten. Also, das ist nicht, als würden wir hier beim Raspberry hier alles saufen, ne? Also, das will ich mal festhalten. Aber guck, hier kann der Hälte schon voll an mir festhalten, so sauf ist er. Nein, ihr schlag ja, du bist mein bester Gumbel. Ist klar, ich komme nicht komisch. Ich hab's Ziel. Richtig geil. Ähm, ich renn auch mal ins Ziel. Ui, Ziel, Ziel, Ziel. Okay. Wir versuchen es bei Leon, äh, bei mir, dass das steht. Auf jeden Fall, Leute, die Map war mal richtig geil. Erstmal danke an SkySuper, dass du uns diese gute Map gegeben hast. Hast du super gemacht, SkySuper. Ich freu mich noch auf die ganzen anderen Maps. Ich muss euch natürlich mal so sagen, ey, Leute, ich hab heute mich getwittert und auch bei Facebook schon gepostet. Wir haben mittlerweile neun Maps. Jetzt wird natürlich eine weniger, aber ich hab noch, ich weiß noch, dass ein paar Maps dazukommen. Also echt geil, wir haben wirklich früher. Ähm, dann ist da noch eine Sache, die ich gerne loswerden würde. Leute, die Maps, äh, schickt mir die nicht per Privatnachricht oder so. Ähm, schaut bitte beim Kalle. Unter jedem dieser Videos ist verlinkt, wo ihr weitere Infos dazu bekommt. Das heißt, auch unter diesem Video ist ein Link, wo ihr weitere Infos dazu bekommt, wo die Map hingesendet werden muss. Bitte schaut danach, nicht an mich senden, sondern wirklich an diese, äh, Adresse. Das heißt, ihr geht auf den Link, kommt dann auf Kalles Video und dort bekommt ihr dann weitere Informationen zur E-Mail-Adresse oder was auch immer. Das heißt, äh, dann dort hinschicken. Nein, bei mir einfach auf Facebook mir ne Nachricht schicken oder wenn es gar nicht geht, mir ne Privatnachricht auf YouTube schreiben. Kann ich euch jetzt einfach mal so sagen. Ja, nur an mich schicken bringt gar nichts, weil das ist ein Server, den Kalle Intus hat sozusagen und, äh, das wird nicht bei mir hochgeladen. Also, da hab ich keinen Einfluss drauf. So. Okay. Ich, äh, hoffe, es hat euch wieder mal gefallen. Ey, das glaub ich nicht. Hör auf mit dem Quatsch. Ja, Leute, auf jeden Fall, das war's auf jeden Fall. Ich hab den Metos gekillt. Huuu. Huuu. Zähl, zähl. Schaffst du's schaffst? Ja, dein Problem ist nur, ähm, du bist immer noch besoffen. Ich nicht. Das heißt, ähm... Doch, doch, Metos. Klub. Yay. Hahahaha. Das ist, das ist mies. Kalle, das ist absolut mies. So, Metos, wir machen das jetzt ganz einfach, mein lieber Freund. Wir machen das jetzt ganz einfach. Vor allem hab ich das Labyrinth hier als erstes geschafft. Äh, was? Liste, chat? Nein. Nein, 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 nein. Okay. Ich sag doch mal. Und tschüss. Ja, ich bin auch weg. Haut rein. Tschau.